ja hallo meine lieben und einen wunderschönen nachmittag wünsche ich euch ich bin auf der nachmittaglichen spaziergang runde mit dem lieben mogli in unserem wunderschönen herbstlichen weltchen und ja auch heute nehme ich euch wieder mit auf diese schöne spaziergang runde hier bei dem etwas drüben regnerischen wetter so ist das im herbst die tage werden kürzer die nächte werden gefühlt länger und ja es regnet viel es ist kalt geworden hier ist noch kein schnee gefallen ja ich sag mal auf der einen seite gott sei dank auf der anderen seite finde ich einfach es gehört irgendwo dazu wenn es kalt wird also ins kalt ist finde ich sollte auch schnee liegen aber ist gut dass irgendwo noch nicht ist weil ich glaube die bäume sind noch nicht ganz so weit ja was den schnee angeht hier bei uns weil man sieht überall noch blätter an den bäumen ja so die die restlichen bäume sind sogar noch teilweise grün hier wie man hier schon sehen kann auch hier ist noch teilweise alles grün ja aber das laub fällt trotzdem fleißig hier von den bäumen und ich finde einfach es sieht immer wieder so schön aus mit diesen ganzen vielen bunten farben und ja von tag zu tag ändert sich der wald ja das letzte spaziergang video das ich gemacht habe ist ja ja ganz anders irgendwie der wald sah da ganz anders aus als ich das aufgenommen habe er verändert sich jeden tag ich sage es immer wieder und ich habe euch so lange jetzt einfach nicht mitgenommen auf diese schönen runden hier und auch wenn eigentlich immer die gleichen runden sind ja ich oftmals wenn man den gleichen sprecht durchfall habe und alles mögliche es ist doch immer wieder was anderes und man weiß ein boni ja was das was das einen zu erwarten man weiß es einfach nicht was einem so erwartet egal welchen spaziergang man macht und ich habe mir jetzt auch vorgenommen ja dass ich euch versuche wirklich wieder ein bisschen öfter mitzunehmen auf diese spaziergang runden wenn ich lust habe aufzunehmen nehme ich auf ja und wie gesagt denkt immer dran die videos nehme ich nicht auf und lade sie dann gleich hoch sondern es kommt dann einmal zwei drei tage später oder je nachdem halt wie wie es halt hoch lade und dann kann ich schön aufnehmen so habe ich mir überlegt habe ich mir überlegt folgendes ich muss von vorne anfangen ich muss entspannt reden ich muss langsamer reden okay ich habe mir so geplant wenn ich einfach bock habe aufzunehmen ja oder die lust und die zeit hat dann nehme ich einfach die videos auf und dann lade ich die euch immer schön hoch ja das ist ich versuche ja wirklich es ist wirklich nur ein versuch ja ich weiß nicht wie lange ich durchhalte ich weiß noch nicht wie lange ich schaffe aber ich versuche es dass ab jetzt mindestens einmal die woche ein schönes spaziergang video kommt von mir und dem lieben mogli wie wir durch welchen laufen für den fischerteichen mal andere runden laufen ja das das nehme ich mir so vor dass ich da wirklich einmal die woche ein video mache wann ich natürlich diese videos aufnehmen immer unterschiedlich es kann sein ich nehme zwei tage hintereinander ein video auf ja und post ist dann und habe dann halt ein video für sagen mal zwei wochen oder es kommt sogar vor wenn ich jetzt wirklich mehr bock habe euch mitzunehmen dass ich dann einfach hey dann kommen sogar mal zwei videos die woche ja also legt sich da nicht so drauf fest aber ich möchte euch gerne wieder einfach ein bisschen mehr mitnehmen ein bisschen mehr an dieser wunderschönen natur teilhaben lassen ja weil ich habe es einfach vermisst ich hoffe ihr natürlich auch schreibt mir gerne in die kommentare ja und ja ich bin mal gespannt wie lange es klappt also wie gesagt das ist halt bei mir momentan einfach ein bisschen schwierig es ist letztendlich anstrengend ja und ich genieße einfach auch mal die spaziergänge ohne dass ich hier irgendwie viel rede oder oder einfach laufe oder aber wenn ich dann bock habe dann möchte ich einfach wieder gerne öfter mitnehmen und ja heute ist wieder so ein tag ich habe wieder lust und ich nehme euch einfach jetzt mit auf diesen wunderschönen spaziergang möchte auch gar nicht immer so viel labern und reden sondern wir genießen das und wir schauen das hier einfach mal an wie wunder wunderschön das doch alles wieder aussieht hier schaut mal da hinten sieht man schon langsam so das abendrot die sonne ist schon langsam in richtung hier ich verstecke mich wieder und kommen dann erst wieder morgen früh auf der anderen seite raus aber da zieht schon schön oder ich liebe das ja ich finde das hat ja was echt was 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 schönes es hat einfach immer was wunderschönes wenn man jetzt hier guckt man sieht hat richtig hier dieses hier die die sonne wie sie langsam untergeht und wenn ich jetzt mich hier rüber drehe dann sieht man hier alles grau in grau einfach ja grau in grau und es wird wahrscheinlich auch noch regnen hat die letzten tage wieder sehr sehr viel geregnet auch immer wieder mal stärker und dann tröpfelt aber wieder nur ein bisschen aber ich bin ein freund von regen ich liebe das ja vor allem wenn man dann abends im bett liegt und man hört das regen geräusch ich kann da ja einschlafen wie ein baby wie ein baby ich liebe das ich liebe das ja so richtig ich mag es natürlich auch wenn man dann im zelt liegt und der regen prasselt so aufs zelt das habe ich geliebt habe ich schon ewig nicht mehr gezeltet muss ich eigentlich auch mal wieder machen dass ich das mal wieder angehe ich mein nächstes jahr oder so ist halt immer auch viel mit mit ja aber man muss halt auch glück haben dass das wetter gut ist nun regen zelt ist zwar schön zum anhören aber es ist natürlich auch eine riesen riesen sauer rei was das angeht mal schauen aber so ein campingurlaub wäre auch mal wieder was muss man nicht weit weg fahren kann schön campen gehen auf dem campingplatz oder gibt auch so freie flächen wo man campen darf oder mal auf einem eigenen grundstück muss ja nicht immer weit weg sein ein abenteuer ist auf jeden fall mal schauen mal schauen mal schauen das jahr ist ja eh bald vorüber und dann kann man sich da spontan auch gedanken drüber machen weil sie nicht habt ihr schon für nächstes jahr was geplant fahrt den urlaub geht ihr weg oder seid ihr jetzt so jemand der sagt ich gehe nicht viel weg ich bin nicht viel unterwegs oder wie schaut das bei euch aus ich bin ja eher so eine heimat mäßig ja für mich ist erholung dann auch oftmals so kurz urlaube also mal paar freunde besuchen hamburg auch mal nach berlin oder so sowas ist auch schon urlaub und für mich da würde ich gerne mal wieder irgendwo hin reisen mal ein bisschen weiter weg zwei wochen griechenland oder oder spanien und ja irgendwo weiterhin aber bisher habe ich es nicht gemacht aber irgendwann werde ich das auch noch nachholen und machen dann ein bisschen reisen wie auch mal mit meiner freundin vielleicht klappt das sogar nächstes jahr wer weiß man weiß es nicht ist halt immer so eine schwierige sache auch mit dem urlaub wenn man kennt ich bin kinderlos ich habe keine kinder und ja ich bekomme halt schwer in den ferienurlaub meine freundin hat zwei kinder bisschen schwierig dann immer mit dem urlaub hin und her so ne weil sie muss halt im urlaub gehen also in ferien mache ich damit natürlich im urlaub gehen ja klar ja da gestaltet sich das mal ein bisschen schwierig aber an sich sage ich mittlerweile leute wir haben so geile sommer ja so schön warme sommer teilweise fängt das sommer ja schon relativ früh sogar an ja durch diese ganze klima wandel erderwärmung alles drum und dran merkt man das ja brutal wie sich da alles verändert und ja da haben wir doch eigentlich auch schöne sommer und deshalb kann man auch schön bei uns urlaub machen ja es ist nicht so wie jetzt irgendwo am mittelmeer oder pazifik karibik oder was auch immer für schöne orte es gibt ja es gibt ja so viele tolle orte und es ist natürlich auch mal schön das gesehen zu haben ja aber ich bin halt kein mensch wo gerne alleine reist also ich habe dann schon gerne jemanden dabei mein freund meine vielleicht auch familie oder so ne ja das mit dem urlaub nehmen gemeinsam gleichzeitig gestaltet sich halt doch des öfteren als schwierig aber sie aber irgendwann wird das video kommen ja bilder auf instagram kommen wo ich mit einem cocktail am strand liege an der karibik irgendwo ja weit weg von allem und ja dann habe ich meinen tollen und ich finde das auch schön hier schaut mal wie schön das aussieht da hinten diese auch diese wieder diese schichten von wolken gleich sehen wenn die bäume weg sind mal kurz stehen bleiben sieht man es noch mehr wir haben jetzt auch wieder 16.15 Uhr oder so und man sieht halt wie krass dunkel es eigentlich schon ist um die zeit das ist schon ich liebe dieses geräusch wenn man durch die blätter läuft das ist so schön und mogli liebt es auch hier durch sein wäldchen zu laufen und natürlich zu schnüffeln mogli stopp mal kurz wir müssen gucken oder kann man so richtig diese wolkenschichten erkennen ganz verschiedene wolkenschichten und man sieht halt weit und breit nichts außer feld und natur gut ab und zu mal dahinten so ein paar dahinten häuser dahinten ist auch noch ein haus da hat die straße man sieht die autolichter aber sonst ist man hier eigentlich relativ schnell so in der natur und ich sage es ja immer wieder in jedem video eigentlich freunde es ist wichtig dass wir diese natur einfach schützen ja und dass halt jeder bei sich selber einfach anfängt ein bisschen bewusster zu sein sein müll mitzunehmen nicht einfach wahllos in die natur zu schmeißen ja einfach auch ein bisschen aufs klima achten wie oft fahr ich auto ja kann ich auch einfach mal gewisse wege zu fuß gehen oder mit dem fahrrad ja also darauf einfach selber für sich ein bisschen achten ja weil das das macht das macht schon viel viel aus wenn wenn man selber nach sich schaut ich kann keine andere person zwingen irgendwie anders zu leben ja das muss jeder für sich selber entscheiden aber man kann den leuten einfach ins gewissen reden und kann sagen hey guck mal du würdest so viel gutes tun für dich ja für dich und auch gleichzeitig für die natur weil ich sag's nochmal freunde ohne das alles hier ohne die bäume die pflanzen die natur die tiere die dort drin leben können wir menschen nicht überleben ja das ist alles so unheimlich wichtig warum die tiere ja die tiere sind da halt auch sehr wichtig weil die tiere sorgen ja dafür dass die samen der pflanzen oftmals einfach auch weiter getragen werden weitere strecken ja die bäume die samen fallen hier runter auf die erde teilweise fliegen die sogar kilometer weit ja aber die tiere sind trotzdem ein wichtiger bestandteil dessen um noch vieles auch weiter zu tragen und deshalb sollten wir das halt alles ein bisschen schützen einfach ein bisschen darauf achten und dann ja kann man noch hoffentlich sehr sehr lange auf der welt leben und wir sehen ja gerade was halt gerade wirklich viel ist ne und oftmals das sagen auch ganz ganz viele ja uns hier betrifft das vielleicht nicht so der klimawandel aber in der wüste afrika diese ganzen länder ja wo so ein bisschen weiter weg liegen die sind halt extrem gefährdet das sind auch diese großen klimagipfel und sowas wo sie eh nie zu einem nennen kommen ja was ich ziemlich traurig finde weil ja wie soll man das sagen es ist halt einfach immer eine riesendiskussion und das möchte man nicht und das möchte man nicht ja und das geht ja nicht und der windpark kann nicht und das kann nicht erstellt werden und das geht ja auch nicht weil das und das und das wo ich mir denke es geht um unsere natur es geht um unsere umwelt es geht um uns menschen ja warum muss man da ewig diskutieren ja es ist gut dass es gesetze gibt aber manche gesetze könnte so manchmal so in die tonne treten ne aber wie gesagt fangt bei euch selber an achtet einfach selber ein bisschen auf die natur seid ein bisschen bewusster lebt ein bisschen bewusster und ihr werdet merken es tut körper geist und sehle gut und selbst die natur und würdet es euch danken und ich liebe es und ich bin ja so jemand ich liebe es ja wenn ich zum beispiel im frühjahr die ersten samen einpflanze und dann man sieht wie das dann anfängt zu wachsen es ist so schön wenn man dann sieht man hat was eingepflanzt und es wächst und ich bin auch mal gespannt ich habe ja ganz viele pflanzen gehabt ja die habe ich jetzt reingestellt weil es wird langsam kälter ähm ich bin mal gespannt welche pflanzen wiederkommen nächstes jahr und welche nicht ne weil ein paar habe ich natürlich auch noch auf dem Balkon diesen winterfest aber das muss nicht immer heißen dass sie wiederkommen ich hoffe mal dass sie wiederkommen ich bin gespannt ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten aber ja mal schauen und das ist einfach immer so schön das zu sehen wie das wächst ne wie alles einfach wächst wie wie sich auch der Wald einfach immer wieder verändert Freunde das ist ich kann davon einfach immer nur nur schwärmen immer nur sagen hey das ist so schön ja wenn man auch mal selber wirklich spazieren geht jeden Tag ich gehe jeden Tag spazieren ja ich bin nicht immer jeden Tag hier im Wäldchen ja ich bin ja auch immer mal woanders unterwegs ne und wenn ich dann wieder zurückkomme in das Wäldchen es ist Wahnsinn was sich alles verändert hat innerhalb von zwei Tagen oder ja mal von einer Woche dann dann fällt die erst so ganz ganz vieles einfach auf was sich alles verändert wie die Natur ja lebt und das ist einfach einfach schön zu sehen ja und wie gesagt es ist halt sehr sehr wichtig für uns Menschen ja die Natur ist sehr sehr wichtig für uns Menschen einfach diese Schönheit das ist so traumhaft schön Freunde und man kann halt also ich für mich persönlich kann halt einfach auch einfach abschalten wenn ich dann so spazieren bin schön laufen und einfach genießen einfach genießen ach wir saßen heute übrigens auch gar nicht auf einem Bänkchen unten aber es war nass deshalb habe ich da erst gar nicht drauf reagiert machen wir sonst immer aber bei der Temperaturen bei der Jahreszeit geht das nicht geht erst wieder wenn es etwas wärmer geworden ist und es nicht mehr so oft regnet dann können wir wieder schön chillig auf unserem Bänkchen sitzen und ja die Stille der Natur genießen könnten wir eigentlich auch jetzt wenn ich einfach mal den Schnabel halten würde aber wie hat so schön immer der liebe Eno gesagt dann wäre die Elli aber nicht unsere Elli wenn sie den Schnabel halten würde weil ich rede ja sehr gerne und sehr viel und es gehört einfach zu meinen Videos dazu da müsst ihr durch Freunde vielleicht mache ich es einfach manchmal so dass ich dann die eine oder andere Spaziererhunde euch einfach mal mitnehme und einfach mal den Schnabel halte und gar nicht viel rede kann ich auch mal machen dass ich euch einfach mal mitnehme so als wie als würde ich jetzt wie ich sag mal das wie als würde ich jetzt einfach so laufen wie wenn ich euch nicht dabei habe kann man auch mal machen und jetzt fängt gerade an zu tröpfeln aber wir sind eh gleich vorne am Auto das ist auch noch so ein Grund warum ich halt auch nicht immer hier in unserem Wäldchen bin weil ich dann doch manchmal auch das Auto gar nicht stehen lassen möchte ja man könnte hier auch hinlaufen aber dann wäre ich halt insgesamt zwei, drei Stunden wäre ich dann schon unterwegs weil ich müsste da schon ein Stück wirklich ein großes Stück also ich würde wahrscheinlich allein schon bis hierher eine gute halbe Stunde 45 Minuten brauchen bis ich dann hier in so einem Wäldchen wäre wahrscheinlich sogar noch länger weil halt dann auch Berge und so das wäre mir definitiv ein bisschen zu anstrengend ich hasse es nämlich Berge zu laufen und ja dann habe ich ja schon die halbe Spaziergang also habe ich schon mehr wie die halbe Spaziergangrunde durch mit Mowgli das, nee, nee deshalb gucke ich halt, dass ich das Auto auch manchmal einfach stehen lasse und dann lieber mal eine andere Runde laufe oder jetzt im Sommer habe ich mir auch fest vorgenommen wenn es dann wieder wärmer wird man so das Fahrrad auspacken kann dann werde ich definitiv auch mit dem Fahrrad unterwegs sein mit dem lieben Mowgli habe extra so ein schönes Fahrradkörbchen gekauft für ihn und ja, dann kann man da auch schön spazieren gehen kann man da zwischendrin mal rauslassen kann auch ein bisschen rennen, laufen ja, wir haben schon geübt klappt auf jeden Fall sehr gut und jetzt müssen wir hier erstmal wieder ihr seht schon es ist ziemlich matschig der Weg ziemlich matschig und ekelig ich habe Gott sei Dank meine warmen wasserfesten Schuhe an dann ist das nicht ganz so schlimm das Einzige, was ich jetzt mache ist, dass ich mein Auto wieder schmutzig mache aber da muss man durch in dieser Jahreszeit muss man da einfach durch dass das Auto halt auch mal etwas dreckiger wird wie im Sommer ne? und hier sind auch Pferde gelaufen vorher man sieht ja immer noch schön die Hufabdrücke hier vor allem und hier sieht man auch Fußabdrücke oh mein Gott ich will hier jetzt nicht unbedingt ganz direkt reinlaufen ja, noch noch geht es einigermaßen aber ich denke mal wenn das weiter regnet und so dann ist der Weg hier unser schöner schöner Weg unlaufbar weil dann doch hier wahrscheinlich das Wasser steht und Pfützen und richtig Dreck und man dann auch da ne, ne dann können wir das nicht mehr laufen dann müssen wir hier in unserem Wäldchen eine andere Runde laufen aber all das ist kein Problem, Freunde denn die Natur bietet so viele Möglichkeiten wo man spazieren gern gehen kann und sich das alles hier anschauen kann aber wir sind jetzt am Ende von dieser Spazierrunde ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Woche einen wunderschönen Abend ein wunderschönes Wochenende was auch immer wann auch immer ihr dieses Video seht ich würde mich über ein paar nette, schöne Kommentare freuen und ja natürlich auch über eure Abos Likes ja, würde ich mich sehr, sehr freuen und ich sage Ciao, ciao macht es gut und Tschüsschen habt noch einen wunderschönen Abend hey Freunde was los ist ihr immer noch da abschalten bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.